ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ich bin beim Tor, beim gegnerischen und... Hau ihn rein, hau ihn rein! Ich hab keinen Boost mehr! Jo, ich hab den einen weggekickt da hier, den... Ich hab keinen Boost mehr, ich hab keinen Boost mehr! Ah, nice! Jetzt, jetzt, jetzt! Los! Boost! Ja! Ja, schönes Ding! Ich hab ihn da schön reingeboostet! Joa! Hast du eigentlich auch Weitschuss-Tor gekriegt? Äh, weiß ich jetzt gar nicht! Weiß ich auch nicht! Also, es war schon übers halbe Feld, würde ich mal behaupten! Ha! So, vollen Boost! Oh, oh! Das Ding muss weg! Dann hau es doch nicht in unsere Richtung! Hab ich doch gar nicht! Hä? Ah nee, du bist ja gar nicht gelb! Ich kann's sagen! Ja, ich hab das gerade... Ich fahr jetzt nur in ne Runde und warte darauf, dass der Ball in ne richtigen Position liegt! So! Jetzt Boost! Mist, ich bin drunter durchgeboostet! Ja, der kommt aber, der kommt aber, der kommt aber! Oh, ich fahr schon wieder an der Decke! Dann mach doch nicht sowas! Jetzt hierher! Los, los, los! Nein! Nein, nicht in unsere Richtung! Mutti! Mist, ich bin daneben geboostet! Ich auch! Ich bring drunter durch! Nein! 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 Scheiße! Ich bin über dem Tor lang gefahren! Ja, und ich glaub, ich hab ihm... Na gut, ich mein, der wär sowieso drin gewesen, aber den letzten Stoß hab ich ihm, glaub ich, gegeben! Da! Siehste, von oben kam ich! Ja komm, 1-1, was können wir noch schaffen! Was war das denn? Keine Ahnung, das hat nur laut gescheppert! Und ich hab irgendwie so einen Superboost gekriegt! Alter! Nicht schon wieder! Weg mit dem Ding! Der ist doch schon weg! Ey, der hat mir den Boost geklaut! Yo, nice, 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 nice! Ja! Scheiße! Weil du mich getroffen hast! Echt jetzt? Ja! Hab ich gar nicht gemäht! Alter, ist doch ein Gerotis hier! Falsche Richtung! Ja! Lass das! Lass das! Nein! Oh, zu dicht am Tor! Er ist schon mal auf jeden Fall wieder auf der anderen Seite, das ist doch schon mal was wert, ne? Los, er ist vorm... Ah, er war vorm Tor! Ja! Der kam völlig falsch! Ich hab leider keinen Boost mehr im Moment! Ja, ich hab noch so ein bisschen was! So 30%... Oh, ich bin über den Ball gehüpft! Nein! Nein, ich stehe im gegnerischen Tor! Ja, ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Vielleicht, weil du hinter mir warst, oder? So ungefähr, ja! Oh, nein! Nein! Was machst du? Ganz ruhig! 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 Der wär jetzt fast reingegangen! Alles klar! Yo, 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 yo! Ich bin in der Mitte! Ich hab gerade Superboost, weil mich einer angestoßen hat! Und bin jetzt im Tor! Ja, komm! Ah, nein! Ich steh in der falschen Richtung! Ah! Alter! Mach doch nicht sowas! Ich hab keinen Boost mehr! Oh, das gibt Tor! Forsten! Alter! Hast du mich gerade gerammt? Nein! Ich hab dich nicht gerammt! Jetzt hast du mich gerammt! Toll! Ja, aber auch nur, weil ich gerammt wurde! Alter! Ey! Der Typ rammt mich die ganze Zeit jetzt hier! Alter! Steck dich doch hier einfach in den Ball! So, der ist doch jetzt genau vorm Tor! Ja! Jawoll! Herrlich! Nice! Na komm, eine Minute noch! Ein Tor schaffen wir! Ein Tor schaffen wir noch! 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 Ja, ich habe auch versucht, den noch wegzuboosten, aber das hat irgendwie nicht mehr geklappt. Ja. Du siehst, ganz knapp. Richtig, einen kleinen Moment zu spät. Nice, nein, 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 das war gut, das war gut. Komm schon! Ja, ja, nein, nein, wo bist du? Hau ihn rein! Ich war schon, ich war in der Rückwärtsbewegung. Und jetzt fliege ich gerade nur aufs Spielfeld. Nein! Nein! Oh, Mist! Ja! Ja! Booyaka! Booyaka! Ja, da habe ich auch Schwein gehabt. Das sah jetzt lustig aus. Wir beide hätten aufs Tor zugeboostet. Ja, ich habe mich ja durch das Springen nach vorne etwas schneller gemacht. Wenn du springst und dich nach vorne drehst, bist du etwas schneller. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. 10 Sekunden noch. Alter! Das habe ich in einem etwas anderen Winkel gegen den Ball gefahren, dann wäre der eventuell noch reingegangen. Ja, wir haben ja wieder gewonnen. Aber wir haben ja wieder gewonnen. Ich habe einen Kürbis gekriegt. Ich habe einen Kürbis gekriegt. Ach, du auch? Ja. Ja, komm. Nach Aufsatz Kürbis. Ja, komm. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Ey, jetzt bin ich schon Level 6. Gerade eben war ich noch Level 4. Ja, ich bin jetzt Level 14. Ach so, äh. Ja, du musst schon auf bereit klicken. Dann geht das etwas schneller. Aber ich muss sagen, der DeLorean ist echt gut geworden. Der fährt sich auch so gut. Ja, ich meine, im Grunde genommen fahren die sich alle gleich. Nein. Oh, oh, oh. Ach, keine Panik. Habe ich, habe ich, habe ich. Dachte ich, dachte ich, dachte ich. Du hast jetzt den Boost. Ach, weg mit dem Ding. Alter. Ja, weil ich auch irgendwie angeschossen wurde. Jo, ich habe den Boost. Ich habe den Boost. Ich könnte ihn jetzt reinmachen. Komm schon. Mist. Nein. Der hat mich falsch getroffen. Na. Mist. Na. Mist, daneben. Nun reicht mir das aber. Na. Alter. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter. War das knapp. Der hat den selber rausgemacht. Jetzt. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Ja, du hast mich angeschoben. Oder der andere Typ. Keine Ahnung. Irgendeiner. Nein. Der hat mich angestoßen. Verdorchen noch einen. Alter. Ich habe keinen Boost mehr. Vollen Boost. Ja, ich jetzt auch. Nein. Alter. Genau vor's Tor geraten. Neiiiin. Alter, war das knapp derwert. Ich habe ihn jetzt gerade fast selber reingepackt. Nein. You're doing things, dude. You're doing things. You're doing things. jetzt rein mit dem ding ja ich wollte sagen dann mach es doch ich musste erst mal umdrehen ich musste erst mal umdrehen gucken schön guter schuss war nein alter oh nein alter halt den ball auf ich habe im grunde genommen den spieler aufgehalten komm ab nach vorne damit du fahr doch nicht immer an der decke ja sorry ey nein aaaaaaah mann da hat er sich den sauber vorgelegt na komm 1 1 das schaffen wir jetzt 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 alter nein der stand im weg der stand im weg ich habe 100% boost bamm komm mal nach vorne damit war kind aber jetzt ich bin dran vorbei gesegelt nein fuck it man pass auf und jetzt ist das gleiche das erste Spiel gewonnen und das zweite verloren dann ist das so aber wir können es ja noch probieren ja komm ich meine ein Torrückstand in 1,22 das ist jetzt noch auszuhalten nein ich hab ihn nicht getroffen hey Volley-Treffer ja wenn du den von der Wand abkratzt so ungefähr ja ich bin an der Wand hochgefahren und hab mich dann katapultiert und weggedingst ja das ist ein sogenannter Volley-Treffer komm vor's Tor, vor's Tor ja ich versuch's doch los jetzt komm so vor's Tor er hat ihn doch selber vor's Tor geschoben ja aber das war ein bisschen zu doll vor's Tor da bin ich mit gerechnet oh nein nicht schon wieder ja ich hab keinen Boost mehr schieb ihn vor's Tor nein vor's Tor verdammt ich hab keinen Boost mehr denn sammel welchen du ja du ja alter jetzt aber los ich hab ihn getroffen noch ja komm ja los ah Boost nein nein alter scheiße noch ein Tor verdammt oh in der letzten Sekunde ja vor allem ich hab ich hab das ich hab den Ball total verfehlt ich hätte das Ding ja so reinmachen können verflucht ich hab ihn gegen gefahren aber der Ball ist gegen den Pfosten geknallt ja und er kam dann ein bisschen falsch und na das wird jetzt auch nichts mehr schade war das jetzt eigentlich zwei Spiele oder eins was wir jetzt gemacht haben ich glaub zwei ne das war schon das ja das erste haben wir doch gewonnen ja stimmt Warframe Antenna aber ich soll warum hat der warum hat der da oben einen Stern hinter seinem weil das der wertvollste Spieler im Spiel war aha und dafür kriegt man auch noch extra Punkte aber ich würde sagen das soll's für heute gewesen sein hoffe ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in diesem Sinne bis dann ciao tschö